Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier lernst du, wie man von Tonne in Kilogramm umrechnet. Also was passiert mit dem Komma und was passiert mit den Nullen. Das zeige ich dir durch verschiedene Beispiele. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, Tonne in Kilogramm umrechnen. Um das hinzubekommen, habe ich einmal die verschiedenen Umrechnungen für Gewichtseinheiten hier an die Tafel gezeichnet. Tonne in Kilogramm ist allerdings nur der linke Bereich hier interessant. Also T steht für Tonne und KG für Kilogramm. Das heißt, wir haben eine Angabe in Tonne. Zum Beispiel wiegt ein Auto zwei Tonnen. 2T. Was ist das Ganze in Kilogramm? Und um von Tonne in Kilogramm umzurechnen, wird die Zahl mit 1000 multipliziert. Also 2 mal 1000 ergibt die Angabe in Kilogramm. So, 2 mal 1000 bedeutet, wir schreiben die 2 hin. Mal 10 bedeutet eine Null dran. Mal 100 bedeutet zwei Nullen dran. Mal 1000 bedeutet drei Nullen dran. 2 Tonnen sind 2000 Kilogramm. Nächstes Beispiel, 15 Tonnen. Auch hier mal 1000 bedeutet 15 hinschreiben. Und drei Nullen dran. 1, 2, 3 ergibt die Angabe in Kilogramm. 15 Tonnen sind 15.000 Kilogramm. Das heißt, wenn wir einfach eine natürliche Zahl haben, wie 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Drei Nullen dran hängen ergibt die Angabe in Kilogramm. Schwieriger wird es, wenn eine Dezimalzahl, also eine Kommazahl vorliegt. Nehmen wir 4,5 Tonnen. Was ergibt das in Kilogramm? Auch hier müssen wir die 4,5 mit 1000 multiplizieren. So, mit 10 bedeutet 4,5 mal 10 ist 45. 4,5 mal 10 ist 45. Mal 100 bedeutet eine Null dran. Mal 1000 bedeutet noch eine Null dran. Das Ganze ist dann Kilogramm. Also, 4,5 mal 10 ist 45. Mal 100 ist 450. Mal 1000 ist 4500. 4,5 Tonnen sind 4,5. 4,5 Tonnen sind 4,5. 4,5 Tonnen sind 4,5. 4,5 Tonnen sind 4,5 Tonnen. 4,5 Tonnen sind 4,5 Tonnen. Nächstes Beispiel. 0,23 Tonnen. Was ergibt das in Kilogramm? 0,23 mal 1000 machen wir auch wieder schrittweise. 0,23 mal 10 bedeutet, das Komma rückt um eine Stelle nach rechts. Also, 2,3 mal 100 bedeutet, das Komma rückt noch eine Stelle nach rechts. 0,23 sind also 23 und mal 1000 bedeutet dann noch eine Null dran. Also, 0,23 mal 10 sind 2,3. Mal 100 sind 23 und mal 1000 ist 230. Und zwar Kilogramm. Du möchtest noch mehr über das Umrechnen von Gewichtseinheiten lernen? Oder du brauchst Übung bei der ganzen Sache? Nun, dann schau mal unter dieses Video. Dort gibt es weitere Erklärungen zum Umrechnen von Gewichtseinheiten. Und ich habe Übungsaufgaben mit Lösungen auch noch für dort ausgearbeitet. Mach die einmal selbst, dann wirst du fit in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematik-Hilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.